Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesen 30. Oktober. Pantombrücke-Wetzlar für den Winter abgebaut, Messerangriff im Zug in Loller und Koalition in Bad Endbach gegen Gesundheitsreform. Das und mehr heute im Podcast. Am Samstagmorgen ist die Pantombrücke in Wetzlar wieder zurück in ihr Winterquartier gezogen. In den Sommermonaten verband die Brücke die Langgasse mit der Altstadt. 22 Helfer des Technischen Hilfswerks und sechs ehrenamtliche Helfer des DLRG-Kreisverbandes Landl sind angerückt, um die Brücke aus der Lahn zu holen. Wind, Regen und höherer Wasserstand machten den Helfern aber zu schaffen. Die rund 40 Meter lange und 2,50 Meter breite Brücke aus drei Doppel-Elementen musste mit dem Kran aus dem Wasser gehoben werden. 2012 wurde die Brücke erneuert. Bis heute wurde sie mehrmals umgebaut und neu konstruiert. Überwacht wurde der Abbau von der Sachgebietsleitung, Bau und Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur bei der Stadt Wetzlar. Während das THW für den Transport und den Aufbau der Brückenteile zuständig war, sicherte die DLRG alle Beteiligten mit zwei Booten vom Wasser aus ab. Die Behelfsbrücke wird durch den Abbau vor Schäden geschützt. Von der Pontonbrücke bis zur alten, steinernen Lahnbrücke sind es nur wenige hundert Meter, sodass die Wetzlarer auch im Herbst nur einen kleinen Umweg nehmen müssen, um in die Altstadt finden. Am 6. April 2024 wird die Brücke wieder aufgebaut. Ein 29-Jähriger hat am vergangenen Freitagnachmittag einen 15-Jährigen in einem Regionalexpress Richtung Frankfurt mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Tatverdächtige sitzt mittlerweile wegen Mordverdachts in U-Haft. Der Regionalexpress wurde vermutlich durch eine Notbremsung gegen 16 Uhr bei Lolla gestoppt. Offenbar hatte der 29-Jährige den ihm gegenüber sitzenden Jugendlichen während der Zugfahrt attackiert und mit einem kleineren Messer am Oberkörper verletzt. Nach der Notbremsung konnte der Verdächtige zunächst aus dem Zug flüchten. Er konnte aber auch aufgrund der vielen Zeugenhinweise wenig später durch eine Polizeistreife in Lolla festgenommen werden. Der 15-Jährige, der aus Nordhessen kommt, wurde danach wegen seiner Verletzungen in einer Klinik behandelt. Der Tatverdächtige, ein jamaikanischer Staatsangehöriger, konnte unmittelbar nach der Tat festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen am Samstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Ein politisches Motiv ist derzeit nicht erkennbar. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern aktuell noch an. Nilgänse kommen vermehrt in heimischen Gebieten vor. Bis zu 20.000 Tiere halten sich in Hessen auf. Insbesondere in den letzten Jahren haben sie sich laut dem Naturschutzbund NABU stark ausgebreitet. In Wetzlar findet man sie vor allem entlang der Lahn. Ein konkretes Problem stellen die Nilgänse aber nicht dar. Sollte sich das Vorkommen der Nilgans im Stadtgebiet vermehren, muss die Stadt über Lenkungsmaßnahmen nachdenken. Der NABU stellt fest, dass sich die Nilgans vor allem entlang des Rheingrabens, südlich von Frankfurt wohlfühlt. Probleme mit verstärktem Auftreten gäbe es im Bereich Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden. Dort hinterlassen die Vögel ihren Kot in den Parkanlagen. Eine Gefahr für den Menschen stellt der Kot aber nicht dar. Die Naturgestaltung in der Region kommt den Nilgänsen entgegen. Wohl fühlen sie sich vor allem im Metropolraum. Deshalb kommen die Tiere vor allem dort vor, wo viele Menschen in Parks unterwegs sind. Allerdings sollte man die Vögel nicht füttern. Das menschliche Futter kann zu Fehlbildungen und Krankheiten führen. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ein Meldeportal eingerichtet hat, wo die Bevölkerung gesichtete Nilgänse melden kann, um den Bestand zu überwachen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant, die Finanzierung der Krankenhäuser zu ändern. Die Fallpauschale, mit der sich die Krankenhäuser aktuell zum Großteil finanzieren, soll wegfallen. Zudem soll eine stärkere Spezialisierung der einzelnen Versorger erfolgen. Die Bad Entbacher CDU stellt sich allerdings gegen die Änderungen, da die gesundheitliche Versorgung auf dem Land aus ihrer Sicht durch die Reformpläne gefährdet wird. Gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner, den Freien Wählern, stellen sie daher einen Antrag für eine Resolution. Der Antrag wurde in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung diskutiert. Die CDU und die Freien Wähler unterstützten die Resolution, während die SPD sich enthielt. Einige Mitglieder der SPD-Fraktion forderten auch, die Landesregierung anzuschreiben, was von der Koalition jedoch abgelehnt wurde. Trotz emotionaler Diskussion stimmte die Mehrheit für den Antrag, um auf die Verschlechterung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum hinzuweisen. Alle Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM www.mittelhessen.de